Es werde nicht, es werde nicht. Die Badenmesse ist das Schaufenster der Region. Hier zeigen die Aussteller ihre kulinarischen und kulturellen Highlights. Doch zwischen Käsespätzle, Einbauküche und Lederhosen soll auch der Humor nicht zu kurz kommen. Mitverantwortlich dafür ist Moderator, Entertainer und Sänger Hansi Vogt. Auf der Messe vertritt er als offizieller Botschafter den Schwarzwald. Ich merke auch bei mir, ich mache das jetzt zum dritten Mal. Und jetzt kommt schon so ein kleines Stammpublikum, die sagen, wir gehen zum Hansi. Der hat jedes Jahr ein bisschen was Neues. Dieses Jahr habe ich wieder die kleine Marie im Programm. Ich habe ein neues Spielchen, wo ich mit den Zuschauern spiele, mit den Gästen. Und dann einen interessanten Gesprächspartner oder vielleicht auch zwei. Unter dem Motto Genuss, Kultur, Talent stellt Hansi Vogt interessante Personen aus der Region vor. Das kann ein Schwarzwälder Kondomproduzent sein oder eine Frau mit Kissen für einen besonders angenehmen Schlaf. Mit seiner Show will der Entertainer die Vielfalt und Einzigartigkeit der Region zeigen. Denn Baden und der Schwarzwald liegen ihm besonders am Herzen. Wir haben eine sensationelle Landschaft. Wir haben eine unglaubliche wohltuende Kultur der Menschen, die Baden hier. Und wir haben dazu natürlich auch ein Wetterle. Ich meine, hier haben wir jetzt quasi einen Spätsommer, der seinesgleichen sucht. Was gibt es jetzt schöner, hier zu leben als... Also ich finde es einfach gigantisch. Für den Entertainer ist es daher eine besondere Ehre, hier auf der Baden-Messe mit seinem Programm die Region vertreten zu dürfen. Und gleichzeitig seinen Anteil zur kulturellen Vielfalt beitragen zu dürfen. Und wenn ich lache, dann lache nur ein Teil von mir und der andere lang mit dir. Und wenn ich lache, dann lache nur ein Teil von mir und der andere lang mit dir.